Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Cardano-Update-Video. Ja, Cardano wurde sich sehr, sehr oft gewünscht in den letzten Tagen, dass wir da mal wieder ein Update-Video reinmachen. Deswegen schauen wir uns heute mal ganz genau den Kursverlauf und natürlich auch mögliche Trade-Ideen, welche in den nächsten Stunden oder vielleicht sogar Tagen auf uns warten könnten, genauer an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat, und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr keinen Bock mehr habt, irgendwelche Updates zu verpassen. Join da gerne rein, Link unten in der Videobeschreibung und auch gerne den Zweitkanal folgen, wenn ihr noch mehr Bock habt auf noch mehr Altcoin-Updates, gerne reinscheuen. Und wenn ihr Wünsche habt, schreibt es in die Kommentare. Und jetzt reicht es auch, ich habe genug Eigenwerbung gemacht bzw. genug gelabert. Momentan traden wir bei ungefähr 0,36 und 50 US-Dollar Cent. Wir haben hier so eine kleine, sage ich mal, Top-Bildung gesehen. Das Problem ist, wir haben kein Higher-High gebildet auf den größeren Teilenfilms. Das ist noch so ein bisschen, was mich ein bisschen hier stört bei Cardano. Und klar, wir haben diese schöne Erholungs-Rally von unserem Tief bei, wo haben wir es, hier 0,23 US-Dollar Cent gesehen. Eigentlich schön, schöne Erholungs-Rally, fast 1x hier gemacht mittlerweile. Trotzdem, dieses höhere Hoch ist uns leider nicht möglich gewesen. Wir haben den FTX-Crash abgearbeitet, das heißt, hier die Liquidität wurde gefischt. Wir haben es aber nicht mehr geschafft über diese 0,44. Und das wäre eigentlich so das Bombensignal gewesen. Okay, wir haben Higher-High gebildet, jetzt noch eine Korrektur. Und dann können wir endgültig in den Bullenmarkt hier starten. Und bei Cardano haben wir eben dieses, ich sage jetzt mal, Feeling oder diesen Bereich halt noch nicht wirklich erreicht, weshalb wir hier noch deutlich, deutlich vorsichtiger sein müssen, was natürlich auch nochmal eine Korrektur mit sich bringen könnte. Deswegen blicken wir jetzt mal ganz kurz auf die kleineren Teilenfilms und vor allem auf den 1-Stunden-Timeframe. Schauen wir uns das mal an. Wie gesagt, wir haben hier oben unsere Top-Bildung gesehen, in dieser zweiten grünen Box bei, was haben wir hier, 0,4215 US-Dollar-Cent. Danach ging es rapide nach unten und jetzt sind wir in so einer kleinen Konsolidierungs-Seitwärtsphase zwischen, was haben wir hier, 0,3576 bis 0,37 US-Dollar-Cent. Für mich persönlich wäre es auf jeden Fall nochmal möglich, dass wir uns zumindest diesen Bereich hier oben, um, was haben wir hier, boah, ich sage das ganz schön oft, um 0,38 US-Dollar-Cent abfischen. Wir haben einerseits hier eine Ineffizienz vorliegen, die bei 0,3780 ungefähr startet. Auch die zeichnen wir mal ganz kurz ein. Und wenn wir natürlich auch das Golden Pocket ziehen, von dieser gesamten Abwärtsbewegung sehen wir auch, okay, Golden Pocket liegt perfekt mit der Ineffizienz, mit der 1-Stunden-Supply-Zone, die hier auch noch zustande kommt. Das heißt, kurzfristig, wer das Bitcoin-Update heute Morgen gesehen hat, weiß, wir könnten nochmal ein bisschen steigen und dann würde Cardano perfekt hier oben in unsere Zone reinlaufen. Hier oben würde ich mich dann persönlich erst einmal short orientieren mit einem Stop-Loss mindestens über dem 0,786er. Risk wären ungefähr 1,5 bis 2 Prozent, ist aber absolut meines Erachtens nach im Rahmen, um dann, sage ich mal, nochmal eine Welle nach unten hin mitzukriegen. Die Frage ist, wie tief würde diese Welle gehen? Wir haben einerseits hier unten noch dieses Tief bei den 0,3450, könnten wir auch mal ganz kurz in Blau einzeichnen, wäre der erste Marker, wo ich sagen würde, okay, hier könnte ein Zwischenstopp, sage ich mal, stattfinden. Aber, und jetzt schaut euch mal hier drüben nochmal dieses Volumen an, wir haben bei 0,3239 eine nächste starke Hausnummer, wo auch eine Menge Kaufvolumen reingekommen ist. in dieser Zone. Also, das heißt, wir haben schon noch ordentliche Steps nach unten hin, auf jeden Fall, die möglich sind. Sollte man hier oben oder sollte dieser Short dann getriggert werden, und zwar positiv, kann es uns ehrlich gesagt Wurst sein, ob wir den ersten blauen Pfeil hier erreichen. Ich würde hier mindestens, also den ersten Take-Profit 0,3520 ungefähr, dann eben hier bei dieser zweiten blauen Linie und den dritten Take-Profit dann an dieser dritten blauen Linie. Und was hat diese dritte blaue Linie, ist für mich persönlich momentan nach jetzigem Stand sogar das Wahrscheinlichste. Und warum, dafür müssen wir nochmal ganz kurz in den Daily-Time-Frame eben reingucken. Und zwar von unserer gesamten Bewegung, wir machen mal ganz kurz das FIP-Level weg, damit ihr es besser seht, von dieser gesamten Aufwärtsbewegung eben bis zu unserem High. Und dann ziehen wir das FIP-Level und dann seht ihr ganz genau, okay, wir haben unser Golden Pocket. Das heißt, die ganze Aufwärtsbewegung würde nochmal geretestet werden und passt auch hier in sehr, sehr guter Konfluenz. Einerseits mit dieser kurzen Konsolidierungsphase, hier, ich sage jetzt mal Ende November, Anfang Dezember, würde einerseits zu dieser 0,3237 Marke passen, die wir eben gerade eingezeichnet haben, wo unser dritter Take-Profit wäre. Andererseits, wir haben hier noch ein bisschen so ein Void übrig, wir haben die Konsolidierungsphase hier in unserem Golden Pocket bei 0,31 US-Dollar Cent. Das heißt, wir haben hier schon noch eine größere Marke, die angelaufen werden könnte, aufgrund dessen, dass wir noch kein höheres Hoch gebildet haben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir müssen, sollten wir hier runterkommen, wirklich einen Bounce sehen. Wir dürfen nicht unbedingt hier drunter fallen, das wäre absolut bearish, weil ihr seht, was danach passiert ist. Deutlicher Abverkauf, dann haben wir uns auch hier erstmal ein bisschen schwer getan, hier wieder in diese Zone reinzukommen. Das heißt, hier der Bounce mit einem höheren Hoch, also das heißt, wir müssen hier den Bereich um 0,42 impulsiv durchstoßen, schön durchstoßen und dann auf jeden Fall nochmal einen Retest hier oben sehen, um wirklich dieses Higher High dann auch zu bestätigen. Das wäre jetzt mal so grob der Fahrplan für die nächsten, auf jeden Fall für die nächsten Stunden. Was den Short Trade anbelangt, das mal bitte im Auge behalten, eben bei der 0,37,80. Und ansonsten übergeordnet gehe ich auf jeden Fall nochmal von einer größeren Korrektur aus. Die Frage ist, wann wird diese Korrektur kommen? Wir haben Bitcoin heute früh darüber gesprochen, es ist die Möglichkeit noch, dass wir zumindest in den Bereich der 0,26,6 vorstoßen. Das würde dann eher dafür sprechen, okay, Cardano holt sich auch noch das Higher High ab und bricht dann erst ein und wir kriegen dann erst im Endeffekt unsere Gegenkorrektur nach oben hin. Also es sind momentan diese zwei Szenarien. Je nachdem, was zuerst eintritt, sollte sich Bitcoin für den Weg nach unten entscheiden, gehe ich auf jeden Fall erst mit, dass wir hier das Golden Pocket testen. Ansonsten geht Bitcoin nochmal Richtung 0,26,6. Dann werden wir uns hier wahrscheinlich auch in den Bereich der 0,44 bis 0,48 einpendeln, dann das Higher High machen mit einem Close drüber. Daily, Weekly ist mir völlig Wurst. Und dann eben nochmal dieses höhere Tief, um diese ganze Korrektur, sag ich mal, abzuschließen und Bullish, sag ich mal, dann einen möglichen Bullrun, in Anführungszeichen, zu starten. Gut, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus für das heutige Update-Video. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt es in die Kommentare rein. Wir hören uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin, Like da lassen, Abo da lassen, Zweitkanal abonnieren. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage wieder, beziehungsweise morgen. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Und wie immer, stay crypto.